Was war das denn so? Ich hab jetzt ein Modestenfilm Ein Javalon War mich da schwer zu verdauen Ein Jahr ein Großjager Ich schlafe mittlerweile ein Jahr ein Raddier Interessante ein Jahr ein CZQ Ein Miau um Hilfe Tötet 13 Gastrodon Ein Anteiser Camilla Das sind Zersagen Das kann man Zerquitas Totogamadrama Ein Jahr ein Totogamadrama Ein Lottototo Das ist ja der eine komische Was ist das? Rattalos im Blau Ein Jahr ein Die Rosa schön Ein Jahr ein Rattier Ein Jahr ein Ein Jahr ein Ein Jahr ein Ein Jahr ein Das ist spätig Da sprich ich mit ihr heute schnell Ich steh vor ihr nämlich Jetzt müssen wir den Migranten jagen Ja alter Den Gigante zu erforschen Und jetzt sind wir mit neuen Informationen bewahrten Der Nähr Gigante ist ein Drachen ältester Der andere Drachen älteste frisst Wow und ich dachte mein Appetit wäre verrückt Äh ja genau das Jedenfalls wissen wir jetzt warum der Nähr Gigante nur während der ältesten Wanderung erscheint Weil für den Nähr Gigante eine ältesten Wanderung ein endloses Buffet ist Ein Buffet bei dem er sich richtig viel Energie holen kann Die Sache ist der Nähr Gigante hat die Chance auf seine Hauptmahlzeit verpasst dass wir den Zora Magdoros aufs Meer hinaus gelockt haben Also ist er zur Heimat der Ältesten aufgebrochen um andere Drachen älteste zu finden über die er sich her machen kann Das würde erklären warum alle Drachen älteste so aufgebracht sind Der Admiral wartet jedenfalls vor Ort wir sollten zu ihm gehen Aha Mach ein neues Fest bekannt Achso das muss ich gleich Da kann ich gar nichts anderes tun Ui Eine Wunde und ein Verlangen Da muss ich Kollegen hingehen oder ob? Dodo Kmaar Panzerung ist geil Der hat Explosionsangriff 2 Also ich kann sie abbrechen Dodo Rüstung des super Der hat nämlich Explosionsangriff 2 Das hat meins auch Ich hab Explosionsangriff 3 Ich hab Explosionsangriff 3 Achso stimmt ja Probierts mal Stimmt Warnstöpsel leer Das wäre interessant Da unten will noch etwas von mir Was Jetzt wollen die wieder etwas von der Forschungszentrale Ha Ha Meinst du du könntest einem alten Mann bei seinem Problem helfen? Das Lager in der Kantine sieht wahrhaftig karg aus Und ein leeres Lager bedeutet leere wegen Unser guter Chef Unser guter Chef hat sich betrüppelt Als ein Upturnot auf der offenen See aus Und ich habe gerade alle Hände voll zu tun Darum brauche ich jemanden der mir auswirft Ich schreibe dir eine Lieferanfrage aus Also reiße mir die Ere Vorne da ein Rückenpanzer Also Bombardierschaden Ja Jetzt ist halt die Frage Superwaffe Jetzt schauen wir mal Was der andere für ein Equip gibt Wer? Der komische Der Neuge Mhm Vielleicht gibt der irgendetwas was wir brauchen können Weil ich weiß nicht was ich mit den anderen Sachen mache Das ist so schwer Ja wir müssen da Bei IG war müssen wir mal wieder etwas anderes wahrscheinlich nehmen Weil Ich habe es jetzt Upgrade gegeben Ne Ein bisschen verstärken Ja Meins habe ich auch Upgrade Bis dann geht nicht mehr aber Bis dann ist das Garten Nein Naja die anderen Sachen sind schon auf Stufe 1 Schon besser ne Mhm Das ist die Sache Ja schauen wir mal Questtafel Hier kann ich gar nichts machen da Aufgaben Eine Wunde und ein Verlangen Abschließen Kann man da überhaupt Wahrscheinlich eh nicht Muss ich zuerst allein Ja Starten wir da Ja Geht den allein Schauen wir mal Da muss ich mal mit dem Punkt irgendwo aussieken Mhm Der Gigante entdeckt Ich habe ihn schon gefunden Superstreck Ach der hat's für mich da auch an auftaucht Und dann aufgedruckt Endlich ist es schon Der Gigante Der Einzige der den Zora Magdaros Noch dringender finden wollte Als wir Ah ihr habt es geschafft Und auch noch mündlich Es gefällt mir Der Gigante hat versucht den Zora Magdaros zu fressen Und es nicht geschafft Er ist auch an Anderen Drachen Ältesten gescheitert Und jetzt ist er hungrig Und wahrscheinlich auch ziemlich sauer Ach du brauchst keine Warnung von mir Nicht nach all dem was du schon durchgemacht Ich geh mal ins Logo zu Was meinst du? Bist du einverstanden? Natürlich bist du einverstanden Auf geht's Natürlich Alter Ist das gar schon das Ende oder so? Mann Was willst du nach dem noch großartiger an dich besiegen, gell? Tja Ist die Frage Jetzt gehen wir was essen So, Essen haue ich mal Was piepst du da, sag'n Du Eee was, bei mir ist sie Du Du Mal Nekrophil noch mal Hallöchen Ja, das ist ja die Frage, sind da nicht einmal andere Viecher oder was? Ich weiß nicht. Schaut alles so leer aus. Ja, anscheinend hat er alle vergessen, äh, gegessen. Bin ich haltbarer Hunger? Hallo! Hallo, 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 ich auch. Ah, jetzt haben wir die Quince. Ah, ich noch nicht. Oh, ich bin nicht die andere. Wie ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Notsignal, Notsignal, Mayday, Mayday. Los, Angriff, mit Feuerkampf! Los, Angriff, kannst du beim Ohr schlägen. Ich mach vier Schaden, Alter, vier hab ich Schaden gemacht, ich hab. Hast du das Ding ausgeschlossen, Notsignal? Dann werde ich zu dir kommen? Ja. Kehre ich schon. Tepper. Das ist ja komplett irre, der Typ. Dann muss ich höhle da. Woher nicht nach vorne? Dann komm ich zu dir. Ja, ja. Ich hab schon Angst. Nee, nee. Quest beitreten. Auf Not sein. Regieren. Hochrangig. Auf Aufgabe. Wo ist ich denn? Hm. Ist schon Aufgabe, oder? Ja, normal schon. Also hier hab ich auch geschossen, oder? Abbrechen, steht da nur. Wohl, meinet. Aufgaben. Eine kolossale Aufgabe. Ja. Du kannst bei Aufgaben direkt beitreten, oder? Ja. Na, das ist super. Oder Notsignal geht auch nicht suchen. Ich suche ja Notsignal. Hä? Die Logik will beitreten bei mir. Das gibt's ja. Das sind schon zwei beitreten bei mir. Ich find's nicht. Das ist bei mir nicht da. Eine kolossale Aufgabe ist da. Aber ich bin voll. Ja. Das ist ein Star. Ja, vielleicht ist das deswegen schon gewonnen, wenn wer da wo ist. Naja. Wir haben uns zwischengekriegsen und die gewäst wahrscheinlich die Leute. Ja, sauber. Die hätten die schon, weil sie weggeklafen ist auf einmal. Der ist hier, die rafen schon mit einem. Bitte mal Spuren sichern. Ah! Hinter mir! Ja, legt mich doch am Arsch. So. 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 wie will ich das nicht? So. So. Der granuliert. So. 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 Ich hab mir so blöd da ein bisschen rafen lassen, ne? Ei, ei, ei. Kann man warten, die haben mich abgesetzt. Ah! Skywartet, ich weiß, weil ich kein ADZ. Kommen wir ein paar. Bei dir auch schon? Ja, das hast du schnell gemacht, oder? Nehme ich mit. Nehme ich noch mit. Der Munzi. Dämonenmittel, den wir auch mit probieren. Alter. Ach. Der Okt ist nicht schon der Reiz der Boss ist dann. Hm. Oder so, hast du zumindest von der Story mäßig gehört. Hm. Was soll noch kommen? Das Dämonenmittel mal probieren, wie das tut. Ja. 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 Da ist der Gigante, ey. Ist ja ein einfacher Auftrag. Aber eh, er ist schon da. Ich meine, ich fahre Hände ja, weil... Ich glaube, ich lehne. Ach, du. Ja, ich bin wirklich. Ja. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Das ist so aufgeregt. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Und du hast zu. sich der ding weg ist es total ist wie wir reißen sie extra drum ich muss wieder weg ich bin glaube der einzige was man so niedriger hp hat kopf 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 fayton mit sobald helfen muss war AHHHHH! Der springt immer herum, Alter. Ja, Alter, der rennt ja mit dem Fuß, hat noch einen Auti, ich bin schon fast hin. Ja. Du musst echt aufpassen. Ja, Alter! Jetzt liegt er... Ich bin schon hin da wieder! Ich bin ja auch mal verreckt. Ich bin schon hin! Wann ist denn die anderen machen lassen? Ich bin jetzt mal weggekommen, ich bin so ein bisschen raufgesprungen von irgendwo. Alter, und es war gut vorbei. Alter, geht mir schön, der eine reitert die ganze Zeit und der eine schießt die von der Zeit nach. Alter, ich habe keinen Problem. Ah, jetzt schreit er wieder. Ja? Ich weiß nicht, Alter, da brauche ich ja auch ein gewohnt für... Schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell! Ich kann halt nicht mehr mit mir weg gehen. Ja. Alter. Ich bin extra auf Megatrank, wo mich kommen, Alter, und... Ja. Ich kann schon was, endlich hoppen! Rundtoppen, und ich wollte das auch nicht. Ah, meine Freunde, die werden das für mich richtig... Du kannst nur durchstärken. Und dann nur noch zum Lund. Nehmen wir diese Kristalldinger mit der Kristall-Dingung. Oh, ich habe keine Energie mehr. Der KBZ ist also oben in der Nummer 1. Scheiße, zweitemal verreckt. Ich glaube, ich bleibe im Dorf. Ich komme schon. Ne? Die warten ja nur auf mich, weißt du. Ach, ich bin schon. Sein Schwanzerl hat von mir schon gut gekriegt. Ich bin schon. Ich habe jetzt hier dreimal drauf. Ausrüstung ändern, ich weiß nicht, was ich ändern soll. Ja, das ist ja das. Ich weiß nicht, was ich anlegen soll. Da baue ich wahrscheinlich viel Abwehr. Hm. Ich bin nur am Ruhlen. Ich glaube, ich werde das... Oh ja, der trifft mich aber auch bei jedem Scheiß. Ich glaube, da schaue ich ein. Wenn ich jetzt umgehe, dann... ... haben wir verloren. Was ist denn der Typ? 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 Die sind besser dran ohne mich, ne? Sag ich mal so. Ich komme nicht einmal zu oben. Ja, sicher. Jetzt hat er geschrien und dann... Auf den Schälen ist immer gut. Ja. Vielleicht findet er uns. Ja. Warte, aber was hat er nicht getan? Hat er sich eingroben gehabt, oder? Er geht bei uns, er humpelt schon. Okay. Ich weiß nicht, ich sehe nicht. Ich bin jetzt gerade nochmals im Lager wieder zurück. Er humpelt. Aber die anderen haben alle volle Energie. Ich weiß nicht. Warten die auf mich, oder? Kann ja jetzt sein, oder? Warten die. Alter Schwede. Der ist unser ultimatives Set, oder was? Ja, wahrscheinlich. Das würden schon andere... Kann lieber sein, ne? Kann ich nicht schauen, ob Gruppen oder irgendwas? Will er irgendwo? Nein! 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 Alter, ich bin gar nicht da! Ich bin ganz weit... Alter, der Schierste, der anderen, oder was auch aussieht. Nein, ich will nicht, Alter. Ich traue mir gar nicht so viel, ich weiß nicht. Aber der kracht schon, oder? Ich traue mir da nicht rein. Ja, geht schon wieder? Ja, aber ich. Alter, ich komme und... Ich schieße nur an mit dem Ding. Mit dem Schleuder. Ich schaue mir das von hinten an. Da geschickt. Ich will da weg. Der ist ja so schnell, Alter. Der dreht sich, Alter. Ja, er springt schon wieder ins Knack, Alter. Irgendwie will ich mit dürfen. Ich traue mir nicht. Ja, Alter. Ja, ich weiß nicht. Ich muss halt. Ich kriege zwei Touchen, oder was? Und dann bin ich schon wieder da. Ja! Er ist umgefallen! Ich glaube es nicht. Wie geht sowas? Wir haben ihn geschafft. Er ist da. Er ist da. Ist ein Held? Ja. Ich habe ihn zugeschafft. Prost. Am Schluss habe ich mich da betrachten. Aber trotzdem. Damit das so blöd ausschaut, gell? Ja. Ich muss da weg, Alter. Bis hier weg. Ich werde mir einen Prank reinhauen, damit das Pool ist, Alter. Ja. Oh, ne. Normal muss ich in jedem Zeiner zahlen. Das gibt es ja nicht. Ich hole ihm genau ins Knie. Oh! Ich will ja eh weg, ich kann nur nicht. Oh! Oh, du Schwein. Ich wollte das weg verhupfen. Der eine hat da das Knochenset an bei mir, das Fohle, der Logik. Du musst es halt damit umgehen können, nicht? Wir haben also Drachenälteste, die Drachenälteste fressen. Wunderbar, jetzt wird so einiges klar. Vielleicht fliegt er ja einfach weg, dass ein Schwanz. Ja sicher, Alter. Wie schau immer auf mich, es sind so viele da, du gehst auf mich. Wer ist denn, der KTZ ist gestorben, der hat roten, Alter. Das wäre nicht alles. Mein Gott, wenn es den Schwanz hätte ich gern geholtet, muss der da unten verrecken, Alter. Was habt ihr denn geschafft? Nein, scheiße. Der ist das zweite Mal ohnmächtig geworden. Also, bereit zum Aufbruch? Mein Gott, ist der schlecht. Kleine Bewertung schreiben, ne? Ah, wirklich wahr. Sula hat aufpassen, was muss er nicht mehr rumrennen, wenn er so anscheinend rein kann. Ja. Ein Teil des Puzzles fehlt noch. Ein Teil des Zug abgeschlossen, was? Das kann ich ihm bitte liefern. Ach so. Ach so. Ja. Ja. Ja, dann muss ich halt noch einmal rum. Boah, Alter. Aber ist nicht der Ausgang, geht noch weiter, oder? Ja. Ja. Dann kommt hier noch ein Viech. Ich frage mich halt nur. Ich frage mich halt nur. Die Großmutter wird also die Erste. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ja, hab ich groß gesagt. Wo schmeißen die mich immer hin, Alter? Chaos wird einfach im Logo ausgeschmeißen, dass ich essen kann und alles. Nein, irgendwo. Was ist denn das jetzt immer für ein Dreck? Ne, Mann. Jägerstufe 14 bin ich aufgestiegen anscheinend. Das ist ja Wahnsinn. Besser geht es kaum, wenn man so einen kriegt. Notleucht zu einem Abfeuer. Ich glaube, ich steig da noch dazu ein bei dir. Ich weiß nicht, ob ich... Okay, kommt her. Der Rad ist somit zusammengetreten. Wie ihr wisst, war der Nergigant in die Heimat der Ältesten hinabgestiegen. Ich mag den jetzt solo. Mhm. Das ist langweilig, ne? Ja. Da sich der Nergigante von Drachenältesten ernährt hat, könnt ihr euch denken, dass jedes Monster dort jetzt aufgeschreckt ist. Anfangs dachte ich, wir könnten das Problem lösen, indem wir die Nergigante eliminieren, aber unglücklicherweise war das nicht der Fall. Trotz unserer größten Mühen ist die Situation eskaliert. Drachenälteste auf der Flucht haben damit begonnen, in andere Gebiete einzudringen. Das merkst du schon beim Namen. Ja. Inzwischen finden wir Spuren von Drachenältesten fast überall, in den Wäldern, in den Wüsten, sogar im Tal der Verwesung. Wie kann man die Codes Black Dog nennen? Das ist ja sinnlos. Für Hotdog oder was weiß ich. Ja. Unsere Leute haben die Spuren bislang drei unterschiedlichen Drachenältesten zugeordnet. Oh ja. Mary Jane ist ja aktuell im 102. Die Betonung liegt auf Bislang. 102? 102. Da war ein wenigstens hier zu werden. Jetzt kann ich nur hoffen, dass noch alleine kommt. Wir wissen, was das für gefährliche Gegner sind. Wie groß die Gefahr auch sein mag, wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Wir wären sonst nahe. Endlich. Ich dachte schon, du würdest nie fahren. Jetzt hätte ich den Namen gewusst. Chuck Norris, ne? Oder so kleine. Ja, ja. Schon gut. Ich möchte, dass unser Feldteam mit der Sammlung von Hinweisen anfängt. Wir müssen diese Bestien aufspüren und ihre Standorte bestimmen. Deshalb habe ich beschlossen, euch in drei Gruppen aufzuteilen. Der ist ja in Österreich, oder was? Der ist ja ein Frühling, ja? Ja. Der ist ja voll. Der ist ja in der alten Wald. Und die Wildturmürtnis, die gehört dir, Jäger. Was das Tal der Verwesung angeht, da brauchen wir die Hilfe der dritten Flotte. Ich überlasse es den Delegierten, wie sie das Feldteam nutzen möchten. Zu guter Letzt, vergesst nicht eure Erkenntnisse der ökologischen Forschungsgruppe mitzuteilen, sobald ihr genug Beweise habt. Wissen alle Bescheid? Gut. Wegtreten! Das ist scheiße. Na, ich bin, glaube ich, für große Hilfe. Ja. Na, ich brauche den Japan-Deck, oder den anderen. Jetzt wird's interessant. Oder den Humberdorfsker Österreicher. Jetzt wird's interessant. Das wär halt ein Hit. F-501w Alter. Und irgendwie geht das denn? W-502w Alter, ich mein, das ist ja so Die-502w Alter. F-502w Alter, ich mein, das ist ja so one-Ja. Ich mein, wie geht das noch? Quästen machen. Der weit weniger engster Wirt hat nicht viel machen können. Der ist nicht viel höher als ich, wie du sagst. Es wird... Ah, die Wartenschön ist ja so. Die Domschuhe. Sorry, ich hab... Dinge gemacht. Also, Forschung. Ja, wir sind jetzt nur zu dritt und das... Hm, ne. Das ist schlecht, weil ich bin vom Jogtrager da nieder. Ah, meine Quests. Wir gehen auf die Jagd. Ne. Ah, das muss er hoch, oder? Macht ihr das allein, oder? Volldampf voraus! Ich versteck mich hinter ihr. Was ist da? Na, der Deppert, der springt schon an, Alter. Da weit weniger engster. So weit gehör ich, was? Alter, sie geht ja ab. Ja, ich muss, glaube ich, zu dir rein, oder? Ich will ja schon. Ich spring noch rein. Ich spring noch rein. Er hat schon Material fallen lassen. Ich spring dir das alles mit mir主iden. Aber nicht so ...